ein heute ich bin es wieder schock also ja heute kommt das ganze heute kommt mehr videos ich habe zumindest vor mehr zu machen jetzt mach erst mal ein kleines summoning und dann werde ich noch die ganze showcase machen die ich gestern versprochen habe ich will auch noch das gilt den gebohr aufnehmen ich hoffe ich verkack mich wieder so wie letztes mal aber ja mehr so ja es sollte mehr sein vielleicht mache ich sogar noch ein anderes video das ich jetzt noch nicht so sagen will aber ich habe da noch eine idee was ich noch was ich noch bringen könnte oder bringen möchte und ja auf jeden fall kommen heute noch ein paar mehr videos nur mal dass das video hier vor ich hoffe wir ziehen mal was geil ist am besten falls da aber wir wissen ja alle wie diese diese chancen sind falls dazu ziehen ich denke ich sollte das ganze nicht skippen um ein bisschen mehr zeit dafür zu brauchen meistens ist mir aber zu doof einfach hier zu warten und ich glaube es könnte auch ein problem sein und nochmal keine blitze also jetzt schon wieder einmal blitze von den normalen mystik ist aber es könnte auch sein dass mir das ganze nicht vergönnt ist aber naja gucken wir mal sie sieht nicht so gut aus naja oh da haben wir sie und jetzt gibt mir einen feister und gucken wo wir hören naja was ich damit machen weiß ich nicht vielleicht hilf ich es mal rauf oder ich fiel es einfach jetzt lass was gutes in der legendary scroll drin sein bitte 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 naja ok also war alles gut meine meinung nach na gut leute dann werde ich jetzt mit den showcase weitermachen aber ich trenne die videos mal in dem sinne erstmal tschau und dann werde ich jetzt mit dem schlau gut ... ... ... ...